Vielleicht ist es heute beides. Ihre Arbeit, also Nahrungssuche, da hinten vor Sassnitz. Das ist der Blick auf die Kreideküste, Nationalpark, Königsstuhl. Ja, und ich glaube tatsächlich, die Möwen, das ist heute beides. Ihre Arbeit, Nahrungssuche und Spiel. Leidenschaft irgendwie mit Vergnügen heute. Und ich sage das einfach nur, weil ich glaube, wenn man seinem Herzen folgt, dann findet man auch das, ja, seine Berufung. Und das kann man dann auch von Herzen tun. Und ja, wirklich, ja, dann ist Arbeit Passion. Mit dem Herzen, mit Freude, mit Liebe. Ja, schaut nochmal. Schön, herzliche Grüße.